Einen schönen guten Tag miteinander und herzlich willkommen bei «Hie triffst du Wallis». Heute, am 14. Mai, sind wir bei Marca Wallis, die als Erogast an der FIFA ist. Eine Marca, um das Beste des Wallis auszuzeichnen. Was genau steckt hinter dieser Regionale Dachmarca? Kommt mit mir! Die Marca Wallis ist eine regionale Dachmarca, die alle Walliser Wirtschaftssektoren gemeinsam vermarktet. So wird unter einer Marca der Kanton als touristische Destination, als attraktiven Wirtschaftsstandort und als Region mit landwirtschaftlichem und handwerklichem Know-how vermarktet. Spitzenleistungen unserer Wallis dürfen das Qualitätssiegel «Wallis» tragen. Wallis ist aber nicht nur ein Herkunftslabel, sondern ein Symbol und Erkennungszeichen für Walliser Qualität. Eine Garantie-Marca für herausragende Produkte, Unternehmen und Dienstleistungen, die anspruchsvolle Kriterien erfüllen. Was hat zum Beispiel ein Äpfel der Marca Wallis mit einem zertifizierten Hotelbetrieb gemeinsam? Der gemeinsame Punkt ist die Liebe zum Kanton, die Überzeugung, dass nur extenente Leistungen ein Wallis erfolgreich machen und der Wille, aktiv an Promotionen mitschaffen, so dass der Kanton das Beste hervorbringt. Sie sind die Fannenträger und Botschafter für ein Image des Wallis, das dynamisch, abspruchsvoll, innovativ und immer authentisch ist. Musik 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 Sonst kannst du nicht etwas machen, was lustig ist. Die Grossstärke der Marke Wallis ist, dass die Wärter auf eisige Region und auf typische Walliser Identität berührt. Gemeinschaft, wir Walliser sind gemeinsam statt. Nachhaltigkeit, wir Walliser handeln Bürgernah. Musik Qualität, wir Walliser streben nach Exzellenz. Musik Wohlbefinden, wir Walliser vermieten Lebensfreude. Musik Mit der Initiativen von einer virtuellen Austausch-Plattform walliscommunity.ch schlägt die Marke Wallis einen neuen Kommunikationsweg hinein. Das Ziel ist, Wallis-Fans miteinander zu vernetzen. Und so einen Austausch zwischen Walliser und Gästen zu fördern. Ganz nach dem Motto Das Beste erzählt von Wallis von denen, die sie am besten kennen. Ihr könnt persönliche Erlebnisse, Wallis-Rezepte oder Lieblingsfotos mit gleichgesinnten Teilen. Man täuscht dich mit anderen Wallis-Botschaftern aus, debattiert oder gibt Ausskunft und erfährt gleichzeitig Ungewohntes und viel Wissenswertes über das, was Wallis ausmacht. Über schöne Menschen und schöne Produkte. Das ist schon das Ende der Sendung «Jetzt triffst du Wallis?». Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es hat auch gefallen. Und nicht vergessen, meldet auch Anna unter walliscommunity.ch und erzählt von einem Wallis. Wir verabschieden sind mit musikalischer Unterhaltung. Bis bald und bye-bye! Oh no, you're not the one for me